zweiten HLFDE des Jahrhunderts noch dramatischer werden. Wenn wir den anthropogenen Klimawandel nicht auf unter 2 Grad Celsius begrenzen, wird das Risiko-FR-Fluss-Hochwasser in vielen Regionen auf ein Niveau steigen, an das wir uns nicht mehr anpassen können, warnt Wilner. Wenn wir nichts tun, wird es GEF-HL-ich. Science Advances 2018 DOI 10,1126-Skiatv.au 1914 Potsdam Institut FR Klimafolgenforschung PIK 11. Januar 2018 NPO twittern Copyright C19982018 MEMST New Media Düsseldorf